Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lila. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zum Lieder. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Delaterratur mit Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, nachdem ihr ja im August nichts von uns gehört habt, haben wir uns heute wieder zusammengefunden. Es ist jetzt Anfang Oktober und wollen für euch und mit euch über die Bücher des August und September reden. Flo, wie war denn deine Ausbeute diesen Monat und letzten Monat? Oh, es waren ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe auch viel aussortiert, worüber ich heute gar nicht reden will. Aber doch, es gab ein paar Highlights. Naja, bei mir war es, ich habe zwar ein paar echte Glanzlichter, aber bei mir war diesen Monat auch recht viel Rotz dabei. Aber gut, darüber werden wir sprechen. Wer will denn anfangen? Ich glaube, du solltest anfangen. Okay, dann fangen wir gleich an da, wo wir im Juli aufgehört haben. Ich habe Tales of Jogsotov gelesen von C.T. Phipps und anderen. Ist halt wieder so eine klassische Kurzgeschichtensammlung. Wer sich erinnern kann, in der letzten Folge haben wir gesprochen über Tales of the El Asif. Davon war ich ja sehr, sehr begeistert eigentlich. Die Sammlung hier war wesentlich, wesentlich substanzloser. Also da hat mir tatsächlich so ein bisschen das Flair-Gefühl gefehlt. Aber nichtsdestotrotz eine ganz hübsche Sammlung. Es geht halt so im Ganzen, also diese Sammlungen beziehen sich halt eigentlich auf Randthemen aus dem Kusulu-Mythos. Das heißt eben auf eine spezielle Gottheit zum Beispiel, auf die dann alle diese Kurzgeschichten gemünzt sind und so weiter. Und ja, Jogsotov ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite aus dem ganzen Universum. Deswegen wundert es mich nicht wirklich, dass das an mir so ein bisschen pari-faire vorbeiging. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich glaube, für die Komplettierung gehört es dazu. Wer ist denn dein Favorit? Nualatotep? Ja, so ein bisschen schon. Aber ich war halt tatsächlich von diesem Buch, also von diesem El Asif, was quasi wieder Vorgänger vom Necronomicon ist. Das fand ich richtig klasse. Das hat mir richtig Spaß gemacht. So glaube ich dir. Ja, das ist ganz oft in diesem Bereich. Es gibt halt auch ganz viel Mist immer. Ja. Aber man findet doch Perlen. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das war wirklich nicht schlecht. Man hat da halt nur so seine Favoriten und so und anderes, mit denen man nicht so richtig klar kommt. Ist halt so. Ja, was geht denn bei dir? Also ich hatte im Sommer die Gelegenheit, bei einer Hausauflösung im Bücheregal zu stöbern. Oh. Und habe tatsächlich einen ganzen Stapel an Klassikern mir mit nach Hause genommen. Teilweise lese ich die im Moment als Klolektüre. Also wie sich für Klassiker gehört. Und eins der Bücher aus diesem Pack war von Martin Cruz Smith, Gorky Park. Sag mir was. Habe ich glaube ich nicht gelesen, aber sag mir was. Ja, hat mir auch was gesagt. Es gibt auch eine Verfilmung. Das ist aus dem Jahr 1984. Ich hatte eigentlich eher gedacht, das wäre so Ende der Sowjetunion. Das ist tatsächlich früher. Und es geht um mehrere Morde im Gorky Park in Moskau. Und dieser russische Kriminalbeamte, der dahinter kommt, wird in ein Agentenspiel mit hineingezogen, das ja international wird. Und das ist echt nicht schlecht. Also es ist ein relativ dünnes Buch. Es ist gut geschrieben. Und es hat mich tatsächlich gefesselt. Also natürlich, man muss natürlich sagen, es ist ein Agentenroman aus dem Jahr 1984. Da muss man natürlich Abstriche machen zu den heutigen Sachen. Aber wer so auf solche Klassiker in diesem Genre steht, auf jeden Fall. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und ja, so vom Gefühl her, aber so gar nicht noir, sondern schon so sehr sowjetisch. Sowjetisch noir. Okay. Also es hat schon tatsächlich so Anleihen daran. Auch so dieser eher düstere, mit sich selbst redende Chefinspektor und sowas. Könnte sogar in deine Richtung gehen. Okay, nicht schlecht. Dann bleiben wir doch gleich in der Richtung, wenn du sagst, das ist sowjetisch noir. Denn ich habe wieder mal mich in die noir-Richtung ein bisschen reingewagt, mit zwei Büchern. Einmal der Adventures of Sam Spade and Other Stories von Dashiell Hammett, Klassiker. Sind halt tatsächlich wirklich Kurzgeschichten. Also nicht die üblichen Romane, die man so kennt. Aber die haben wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ja, natürlich, das Thema ist halt, seien wir ehrlich, die noir-Geschichten sind halt irgendwann immer dasselbe. Also da gibt es relativ wenig Innovation. Aber es hat trotzdem wirklich Spaß gemacht, die zu lesen. Und der Mann kann halt, oder konnte halt einfach schreiben. Kannst du gar nicht sagen. Das macht schon Spaß. Die Romane von ihm machen auch Spaß. Aber ich war diesen Monat tatsächlich eher für Kurzgeschichten und sowas zu haben. Aber das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und begleitend dazu habe ich gelesen von Karen Houston Cardews Heartbreak Anxiety. Eine ganz, ganz putzige Analyse der klassischen Heartbreak-Geschichten, also von diversesten Autoren, nach freudianischen Gesichtspunkten. Und das ist halt gerade bei den noir-Geschichten und so weiter doch recht auffällig gelegentlich. Also ich meine, die Frauen sind immer böse. Na, also und all diese Dinge. Ich meine, klar, Freud ist halt ein Ding der Sache. Es ist halt mehrheitlich Blödsinn. Aber unter literaturwissenschaftlichen Aspekten hat das echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das kann ich dir auch sehr empfehlen, wenn du da in die Richtung mal gehen willst. Das war lustig. Ich bin gerade tatsächlich dabei, jetzt auf meine Liste zu schreiben. Es ist auch tatsächlich nicht allzu lang. Aber doch, das war ein hübscher Einblick. Ja, ich bin ja ein Fan der Hardball-Sachen. Auch Hammond habe ich ja auch in der Komplettausgabe hier im Regal stehen. Also es ist immer wieder schön. Doch, das klingt echt interessant. Ich bleibe mal im Jahr 1984 und wechsle aber das Genre. Ich habe wieder eins der unheimlichen Bücher aus dem Heine Verlag gelesen. Oh. Also diese alte Reihe, die ich da auch am Zusammensuchen bin. Wenn ich da hinten drauf gucke, weine ich, wenn man sieht Taschenbuch 6,80 Mark. Oh ja. Das waren auch die guten alten Zeiten. Es geht hier von Victor Coleman, der Jehova-Vertrag, die Verschwörung gegen Gott. Ah, finde ich spannend. Und es ist tatsächlich ein post-apokalyptischer, apokalyptischer, hard-boiled Horror-Roman. Es geht um einen sterbenskranken Auftragskiller, der als seine letzte Mission jemanden ermorden soll, in den radioaktiv verseuchten Ruinen von Los Angeles zum Jahrtausendwechsel. Und zwar Gott. Es ist also eine total bekloppte Geschichte mit sehr kranken Charakteren. Und ich habe auch geguckt, ob von diesem Autor noch mehr auf Deutsch erschienen ist. Leider nur sehr, sehr wenig. Aber ich werde auf jeden Fall mal gucken. Es war ein bisschen kompliziert zu lesen manchmal. Also, kompliziert ist falsch. Ein bisschen umständlich schreibt er manchmal. Aber das haben ja die Hard-boiled Autoren auch öfter an. Ja, das ist richtig. Dafür hat es aber wirklich Spaß gemacht. Und es war echt ein cooles Buch. Klingt auf jeden Fall spannend. Kann man mal machen. Ja, ich hatte ein weiteres Hörbuch. Auch wieder ein Klassiker, zu dem ich immer wieder zurückgehe. Charles River Editors. The Age of Reptiles. Wie gesagt, Charles River Editors machen halt alles. Also, das sind so Fachbücher über jeden Blödsinn, den du dir ausdenken kannst. Von Geschichte über irgendwie Evolutionstheorie und so weiter. Und dieses Spezielle hier ist halt ein ziemlich kurzer Überflug über die Erdzeitalter und ihre Bewohner. Ja, es ist echt oberflächlich, aber es war wirklich nett. Allerdings muss ich sagen, hat das hier so ein paar politische Spitzen, die in das Buch so überhaupt nicht reingepasst haben. Und die ich auch sehr unangemessen und irreführend fand. Also diesmal war ich leider ein bisschen enttäuscht von der Truppe. Hm, schade. Ich bleibe in der Vergangenheit. Ich habe ja schon öfter erzählt von diesem Best Stories aus dem Magazine of Fantasy and Science Fiction. Da sind ja im Heine Verlag, ich glaube, über 100 Ausgaben erschienen. Und ich habe nun die Ausgaben 56 und 58 gelesen. Hm. Highlight der Ausgabe 56 in Schefty ist 5 ist eben die Geschichte Schefty ist 5 von Harlan Ellison. Oh, Harlan Ellison machst du nie was verkehrt. Genau das. Ansonsten waren hier tatsächlich keine Autoren drin, die ich kannte. Aber ja, trotzdem eine nette Geschichte. Aber Ellison war echt das Highlight. Und der zweite Band hieß Grenzstreifzüge. Aha. Und hier waren Autoren drin, die ich alle kannte. Christopher Priest, der auch viel an Comics mittlerweile schreibt. Ja. Bill Bronzini zum Beispiel, der mit King zusammenarbeitet. Ja, und King selbst. Ah, okay. Denn hier ist enthalten das Rasthaus, The Way Station. Die zweite Geschichte, die dann den Roman schwarz bildet in ihrer Originalform. Cool. Und es ist schön, das mal zu lesen. Ich habe die anderen auch noch. Und wie krass ist die bearbeitet? Also im Vergleich zu der, die wir jetzt dann quasi in der fertigen Version von schwarz kennen? Also ich würde sagen, es könnte sich lohnen, da auch nochmal eine Sendung drüber zu machen. Okay. Klingt spannend. Ja. Ich werde auch weiterhin diese Sammlungen lesen, weil du hast immer ein paar Autoren. Wo sie lohnen. Ja. Ich habe auch noch Bände drüben liegen. Auf meinem Stapel mit Geschichten von F. Paul Wilson. und, ja, anderen Autoren nicht ohnehin zusammensuche. Mhm. Und das macht dann schon Spaß. Ja. Ja, ich bin diesen Monat, wie gesagt, sehr konservativ geblieben. Ich habe nämlich unter anderem auch wieder mal einen William Meigley gelesen, nämlich Operation Kongo. Das ist wieder ein Teil aus der S-Quote-Reihe. Und ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast hört, dass ich diese Reihe sehr, 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 sehr liebe. Und auch hier habe ich wieder wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ich muss zugeben, es sind diesmal ein paar positivistisch merkwürdige Entscheidungen drin. Aber die Idee war super, das Ende war super, es hat mir echt gefallen. Und was ich hier vor allem richtig klasse fand, wir haben hier einen homosexuellen Charakter. Und das ist einfach absolut wunderbar beiläufig, völlig normal, völlig okay. Und ich schätze das enorm, weil gerade in der Horrorliteratur, ich glaube, das ist allgemein eine Krankheit, aber dann hast du halt das Problem, dass sowas, wenn es schon überhaupt mal stattfindet, dann ist das halt so absolut unangenehm ins Zentrum gerückt, die Sexualität dieser Person. Und das kann ich halt nicht ertragen normalerweise. Also nicht, weil ich jetzt mit der sexuellen Ausprägung ein Problem habe, sondern weil das halt eine Fetischisierung ist, die mir nicht passt. Und das ist hier halt absolut, das läuft nebenbei. Das ist mir zum Beispiel bei unserem Freund, ähm, Brian Keen, ist das mir auch schon aufgefallen. Dass der das auch fantastisch macht. Da hat sich Charaktere drunter und die sind einfach da. Und das ist okay. Und das ist überhaupt kein Thema. Das wird erwähnt und das war's. Und hier eben genauso. Und das muss ich wirklich sagen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt daran momentan nichts Problematisches finden. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch in der Form da nicht irgendwie involviert und selbst betroffen. Deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht allgemeingültig empfehlen. Aber ich fand's schön. Ich fand einfach die Darstellung schön. Ob das jemandem so geht, der das, äh, ja, den das aktiv betrifft, das weiß ich nicht. Aber ich fand die als Außenstehender ganz nett, diese Darstellung. Ja. Das mag ich eigentlich auch, wenn es nicht an die große Glocke gehängt wird. Ja, genau. Ja. So wie im echten Leben. Richtig. Ja. Naja, so wie es im echten Leben wäre, wenn die Welt schön wäre. Ja. Ein Autor, der damit ja auch, ähm, manchmal ein paar Probleme hat, ist Richard Layman. Mhm. Weil bei dem alle Figuren Stereotyp sind. Ja. Das ist auch, ähm, in diesem Monat eins der Bücher, die mir nicht so wirklich gefallen haben. Ich habe, äh, Der Killer gelesen. Äh, klingt ja auch schon noch, sagt man ja, die im Titel. Ja, gut, die Titel, also die deutschen Titel sind ja immer... Ja, das stimmt. Originaltitel ist Beware. Ja, okay. Ist jetzt auch nicht so. Sie präsentiert aus dem Jahr 1985, war so viel in den 80ern unterwegs. Ähm, ja, es geht um eine Journalistin, die abends in einem Supermarkt einkaufen will. Und, äh, ja, da ist ein Killer, der gerade ein paar Leute umgebracht hat und, äh, jagt sie dann auch. Mhm. Äh, dann gibt's noch irgendeinen komischen Kult, der sich auf ihre Spur setzt und irgendwelche Rituale durchführen will. Und, naja, es muss sich halt sehr blutig wehren. Also, es ist ziemlich 0815, ähm, klingt sogar noch interessanter und es klingt ja noch nicht so interessant, als du sie liest. Mhm. Äh, ich mag ja manche Sachen von Layman sehr, das Buch nicht. Mhm. Ja, ähm, bleiben wir bei Dingen, bei denen du eigentlich immer auf einer sicheren Bank bist. Ich habe Verbrannte Zungen gelesen. Herausgeber Chuck Palenio. Warum? Ja, das schätze ich ja auch sehr und liebe ihn sehr. Ähm, bedauerlicherweise hat er mit dieser Kurzgeschichtensammlung nichts außer dem Vorwort zu tun. Also er war wirklich nur derjenige, der die Geschichten ausgewählt hat und so. Ähm, das ist wohl so ein bisschen aus so einer, ja, Workshop-Geschichte entstanden, wo er halt als erfolgreicher Autor eben, äh, junge Nachwuchsautoren ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und so. Aber ich muss sagen, das war eine fantastische Sammlung. Und da waren auch tatsächlich richtig, richtig, richtig geile Kurzgeschichten dabei. Ähm, aber natürlich alles so ein bisschen in dem Themenfeld, dass Palenio so beackert. Demzufolge nicht jeder Manns Geschmack. Kann man das so formulieren, wenn man vorsichtig ist? Ja, ich glaube schon. Aber du, du weißt, was ich meine. Palenio muss man halt mögen. Rein von den Thematiken her. Ja, er ist manchmal doch etwas gewöhnungsbedürftig. Und, ähm, wir haben es schon öfter gesagt, er ist ja am bekanntesten für Fight Club. Fight Club ist, glaube ich, sein schlechtesten Bücher. Richtig. Ja, ich hab, ähm, das ist ein Buch, das ich diesen Monat eigentlich gar nicht auf meinem Stapel habe, äh, Fratze. Ja, okay. Erschlingswerk, äh, das ist auch schlecht. Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich so, der Mann lohnt sich und es lohnt sich mal die Bücher zu lesen, die einem nicht sofort einfallen bei dem Namen. Sagen wir es so. Genau. Aber wie gesagt, ähm, ganz groß, äh, an der Stelle, da muss eine Trägerwarnung ran. Also wenn ihr auch so mit dem sexuelle Gewalt oder sowas, ähm, empfindlich seid, dann lieber Finger weg. Also das muss man dazu sagen. Wenn man da ein bisschen besser ran kann und das, äh, keine Schmerzen bereitet, das zu lesen, dann gebe ich euch die, die Freigabe. Aber ansonsten eher mit Vorsicht genießen. Ja, das sollte man, glaube ich, immer sagen. Richtig. Ja, ähm, dann nehme ich als nächstes mal wieder einen Klassiker aus dem Jahr, ach, diesmal aus dem Jahr 1990. Ich komme langsam näher. Ähm, der deutsche Titel ist wieder mal ziemlich doof. Es heißt Gespenstersuche von Ramsey Campbell. Ähm, ja, ich will ihn sogar mögen. Aber ja, sprich weiter. Äh, ja. Ich weiß, er ist gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber das Buch fand ich echt sehr interessant. Okay. Also irgendwie, ähm, traumartig, würde ich mal sagen. Mhm. Es geht um jemanden, der durch seine Heimatstadt stolpert und, ähm, die Wirklichkeit sucht. Okay. Es ist, wenn man das Buch so sieht, das Titelbild und den Titel, klingt das wie ein ganz billiger Gespensterroman. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein, äh, sehr dünnes Buch mit Illustrationen und eine sehr interessante kurze Geschichte. Okay. Ja. Ja, äh, Thema, ich möchte ihn so gern mögen. Schon so. Naja. Das Schlimme ist, dieser Mensch schreibt seit tausend Jahren immer dasselbe Buch. Dieses Buch hat immer dieselben Fehler und immer dieselben Charaktere und immer dasselbe Ende. Und trotzdem habe ich jedes Buch von John Soho gelesen. Diesmal das Gott-Projekt. Auch hier wieder, wir haben viele kleine Kinder, wir bringen viele kleine Kinder um und es gibt kein Happy End. Das war's. Mehr kann ich zu dem Buch nicht sagen. Es ist ein klassischer John Soho. Wenn ihr von dem jemals ein Buch gelesen habt, habt ihr alle gelesen. Und trotzdem kann ich es nicht lassen und lese diese Bücher immer noch. Guilty Pleasures gehört halt dazu. Ich habe ja auch welche, ähm, auch über den Autor hatten wir schon oft geredet. Und zwar auch, dass wir beide einfach Probleme mit ihm haben. Dean Kuhns. Dean Kuhns. Dean Kuhns. Ich habe zwei Bücher gelesen. Das erste Brandzeichen. Darüber will ich nicht viel sagen, denn das lohnt nicht. Ich fand es echt schlecht. Das ist wieder so eins, wo ich überhaupt nicht reinkomme. Und das zweite war Wintermond. Und der hat mich dann doch positiv überrascht. Okay. Also es beginnt in Los Angeles an einer Tankstelle, ein Überfall. Und, ähm, ein Cop wird darin verweckelt. Oder eher ein Amoklauf. Und es gibt halt ein großes Inferno. Er wird auch schwer verletzt. Und er kann dann irgendwann den Typ mehr schießen. Und, ähm, dann steht hinten auf dem Buch, dass dann ein dämonischer Kult entsteht, der diesen Honeywood-Regisseur, der den Amoklauf gemacht hat, ähm, verehrt. Und, dass dieser Cop um sein Leben fürchten muss und um das seiner Familie und deswegen auf eine einsame Farm zieht. Das stimmt, aber das ist nicht die Handlung, die dann passiert. Das Buch wird dann echt abgedreht. So inklusive UFO. Oh, cool. Also es, ähm, wenn du so in der ersten Hälfte des Buchs so einen ziemlich düsteren, brutalen Thriller hast, wird es dann echt skurril. Okay. Und, ähm, ja, doch, das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja lustig. Hm. Ansonsten skurrile Bücher, von denen ich nicht wusste, dass ich sie gut finden würde. Äh, ich habe gehört The Earth Moved von Amy Stewart. Oder man könnte den Untertitel schreiben 100 Dinge über Regenwürmer, von denen sie nicht wussten, dass sie sie wissen wollten. Äh, es ist ein ernsthaft krudeliges Buch. Ein ernsthaft krudeliges Thema, aber auch wirklich ein ernsthaft tolles Buch. Und, äh, zumindest wenn man so ein bisschen in Hobbygärtner, äh, Dinge tut, ist das auch echt nicht verkehrt zu wissen. Also, ähm, es geht halt viel darum, wie da so Kompostierung funktioniert, ähm, welche Regenwürmer oder welche Würmer generell man gerne so in seinem Garten hätte und was eben spezielle Viecher an speziellen Pflanzen zum Beispiel verdauen und welche eben nicht. Und so weiter und so fort. Also, völlig krude, aber voll gut. Ich habe zwei Drittel der Sachen schon wieder vergessen, bin ich ehrlich. Aber das, das war interessant. Ich hätte nie gedacht, dass das ein interessantes Buch ist. Aber das hat echt Spaß gemacht. Ja, so richtig gut geschriebene Sachbücher können selbst über die bizarrsten Themen fesseln. Und sie kann halt wirklich gut schreiben. Ich komme dann nachher gleich noch zu einem Buch von ihr. Ähm, sie ist halt eigentlich, ähm, soweit ich das verstanden habe, mehr oder weniger Kolumnistin. Ich glaube sogar für die, für die New York Times oder sowas. Und, also, schreiben kann die Frau, gibt's gar nix. Und, ähm, ist halt, ähm, ja, so Botanikerin oder zumindest sowas in der Richtung. Also, sie redet halt sehr viel über Pflanzen, äh, über, über Giftstoffe, über, na, solche Sachen. Und das ist ja voll mein Thema. Ich meine, ich hab da ja echt Spaß dran. Also, das kann ich wirklich empfehlen. Von da kannst du alle Bücher lesen. Die fetzen alle. Klingt echt interessant. Ja, Sachbücher hab ich, äh, ich glaube gar keine gelesen. Mhm. Oder zumindest keiner hier auf meinem Stapel ist. Aber ich habe mal wieder einen Mitch-Rap-Roman von Vince Flynn gelesen. Mhm. Also mittlerweile der vierte Band der Reihe, der Third Option, die Entscheidung. Und nachdem Band drei ja dieses klassische Terroristen greifen das Weiße Haus an Szenario war, ähm, geht es hier direkt weiter. Also, er muss einen, ähm, deutschen Industriellen töten, der Bauteile für Atomwaffen in den Nahen Osten schmuggelt. Auch sehr klassisch. Aber, ähm, das Ganze ist dann wieder ein Komplott gegen die CIA. Natürlich. Ja. Er, ähm, er entgeht knapp einem Anschlag und muss irgendwie zurück in die USA kommen und da die Hintermänner bekämpfen. Mhm. Äh, ja. Es ist eine ganz klassische Geschichte. Sehr solide geschrieben, da kann man nichts sagen. Aber, ähm, ich, vom Inhalt her doch eher 0815. Mhm. Also, da waren dann die ersten drei Bände doch etwas besser. Und mein letztes Buch im August war A New Life of Charles V. von Jeffrey Parker. War tatsächlich eine ganz nette Biografie über einen König, von dem ich gar nichts wusste. Muss allerdings zugeben, es ist ein bisschen langatmig. Ähm, also das waren, glaube ich, 14, 50 Stunden oder so, dieses Hörbuch. Ich hab da ja grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, aber es war dann doch schon sehr erschöpfend, das Ganze. Ähm, das Interessante an Charles V ist halt tatsächlich, dass er einer der ersten, ähm, ja, königlichen, realen Figuren überhaupt ist, von denen wir eigene schriftliche Zeugnisse haben, weil er halt wahnsinnig viele Briefe hinterlassen hat. Und, äh, aus diesen Briefen unter anderem und Dokumenten, die er eben so signiert hat und so weiter, ähm, wurde halt die Biografie quasi rekonstruiert. Und das finde ich halt schon wieder unter einem wissenschaftlichen Aspekt wesentlich interessanter als die eigentliche Biografie. Aber es geht halt sehr viel auch hier um die Arbeitsweise, wie das Ganze zusammengestückelt wurde. Und das war eigentlich der interessantere Teil in dem Buch. Kann man sich mit beschäftigen? Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, aber wenn ihr mal sowas wollt zum Leben beihören und seid ein bisschen historisch interessiert, war das nicht verkehrt. Und auch ziemlich angenehm gelesen. Wobei, in solchen Fällen greife ich ja dann doch lieber zu Podcasts. Ja, ich hatte dieses Jahr echt, oder diesen Monat echt das Problem, ich bin so gut wie Laro gehört, ich hab keinen, keinen, keinen Backlog mehr. Ähm, ich werde dir nachher noch was empfehlen, wenn wir, ja. Äh, ja, ich mach dann weiter mit dem nächsten Action-Thriller. Wir haben ja auch vor einiger Zeit über Shooter geredet. Mhm. Also das Buch, das ja als Serien, als Film, ähm, existiert. Und ich hab jetzt von Stephen Hunter den zweiten Band der Buchreihe gelesen, Nachtsicht. Und war überrascht, dass es was komplett anderes ist. Also es, wir haben dieselbe Hauptfigur wie ein Shooter. Mhm. Ähm, er ist mittlerweile um die 50 und will eigentlich nur in Ruhe mit seiner Frau und seinem Kleinkind leben. Und dann taucht aber ein Journalist auf und, ähm, bringt ihn auf eine Spur. Nämlich vor 40 Jahren ist sein Vater, ein Polizist, bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Mhm. Und scheinbar ist damals, ähm, herrsinn die Dinge anders gelaufen, als es, ähm, offiziell bekannt wurde. Und nach ein bisschen hin und her reist er dann mit diesem Polizisten, ähm, diesen Journalisten zurück in seine alte Heimat. Und, ja, versucht, das Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und, ja, es wird gegen Ende, wie auch der erste Band, vielleicht ein bisschen zu over the top. Mhm. Aber es ist trotzdem ein sehr solide, auch meistens ziemlich bodenständiger Thriller. Ja. Und man erfährt auch wieder was, äh, über Munition und Scharfschützen und so weiter. Kann man mal machen. Ja, der Autor weiß, wovon er schreibt, scheinbar. Ja, bei mir geht's jetzt weiter mit Fachbüchern. Ich hab im September fast nur Fachbücher gehört. Ähm, The Plantagenets von Dan Jones. Das war ein wirklich ausführliches und relativ spannendes Hörbuch über eine englische Königsdynastie, von der zumindest ich erst mal noch überhaupt nichts gehört hatte. Also, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich damit jemals was zu tun hatte. Nicht, dass ich wüsste. Und dafür, dass ich von dem Thema halt wirklich überhaupt nichts wusste, war das echt spaßig. Ich weiß nicht, wie sehr man das genießt, äh, wenn man da in englischer Geschichte ein bisschen fitter ist als ich. Aber mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Und es war wirklich großartig gelesen. Auch so ein bisschen süffisant. Das mag ich eigentlich immer sehr. Also, es ist dann irgendein Königssohn ersoffen und das wurde dann recht, ja, lakonisch kommentiert unter anderem. Das fand ich eigentlich ganz nett. Das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ja, klingt irgendwie was lustig. Nicht ganz so mein Gebiet. Ja, ich mag halt diese Historien-Sachen tatsächlich sehr gern, weil die laufen halt bei mir so nebenbei durch, während ich hier irgendwas bastel oder so. Weil da hab ich halt ein großes Interesse, aber relativ wenig Ahnung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich darüber aufregen muss, weil ich irgendwas besser weiß als der Autor, ist halt relativ gering. Und das ist für meine Entspannung und für meine Herzfrequenz ganz gut. Ja. Es gibt genug, wo man sich aufregen kann. Dann braucht man das nicht auch noch da. Ich habe zu einem Autor gegriffen, den ich früher schon einige Sachen als Hörbuch gehört habe und jetzt auch mal ein bisschen lesen möchte, weil ich einfach mittlerweile schneller lese, als ich Hörbücher hören kann und auch weniger Zeit dafür habe. Ich habe zu Hahn und Coben gegriffen. Okay. Das Buch heißt Suche mich nicht und ich habe so das Gefühl, dass die Thriller von ihm, wie du vorhin gesagt hast, alle nach demselben Prinzip aufgebaut sind. Ja. Irgendeine Person verschwindet unter irgendwelchen Umständen und muss dann gesucht werden. Und hier natürlich genauso. Also die Tochter verschwindet. Er versucht sie irgendwie, also Drogenprobleme, er versucht sie irgendwie aufzuspüren und plötzlich wird dann irgendwie der Freund der Tochter tot gefunden und er ist ein Verdächtiger und die Tochter ist weiter verschwunden. Und seine Nachforschungen sorgen dafür, dass die ganze Familie immer tiefer ins Verbrechen rutscht. Aber er schreibt echt gut, er schreibt sehr unterhaltsam und ja, es ist ein schöner Krimi für zwischendurch. Es werden bestimmt weitere Folgen, aber ich weiß ja, was mich erwartet. Dann würde ich jetzt noch ein paar Bücher kurz zusammenfassen, die ich gelesen habe, denn die waren alle von Adrian Mayer. Das erste ist The First Fossil Hunters und das war richtig, richtig großartig. Die Idee dahinter ist, wie antike Fossilienfunde unsere europäische Mythenlandschaft mitgeprägt haben. Also auf Deutsch gesagt, irgendein Bauer irgendwo in Griechenland findet irgendwo ein Dinosaurierknochen und rekonstruiert sich halt so grundsätzlich, wie dieses Vieh mal ausgesehen haben muss. Und zum Beispiel wird auch erklärt, wie aus eiszeitlichen, nicht Mammuts, aber so einer Kreuzung zwischen Mammut und Elefanten Zeugs, zum Beispiel die Zyklopen, also das Bild des Zyklopen entstanden ist, weil die halt so einen, wo der Rüssel reingeht quasi, ein großes Loch mitten im Schädel haben. Und das halt für dieses eine große Zyklopenauge gehalten wurde. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, interessant. Oder eben auch diese ganze Idee mit den Zentauern und so weiter und so fort. Wie sich das halt alles rekonstruieren lässt. Also es wird quasi rückwärts konstruiert von dem Mythos, was könnten die da gefunden haben, was hat welchen Zerfallsprozess und wieso kommen die dann darauf, dass das das sein sollte. Und das war richtig, richtig geil thematisch. Bedauerlicherweise ist es ein bisschen zerrig gelesen, aber das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch wirklich, wirklich, wirklich interessant. Vor allem eben mit Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber die klingen logisch. Also ob es so ist, das kann natürlich im Nachgang keiner mehr wissen. Aber das war eine sehr schlüssige Argumentation für mich. Und das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und weil ich an diesem Buch so viel Spaß hatte, habe ich dann bei dieser Autorin gleich weitergegraben. Und bin dann auf The Poison King gestoßen. Das ist ein wirklich großartiges Hörbuch über einen der wichtigsten Gegenspieler Roms. Allerdings kennt den im Gegensatz zu Hannibal kaum jemand. Und da war so ungefähr die Zeit um den Spartakusaufstand rum. Auch hier wieder großartig geschrieben, großartig gelesen. Aber was mich hier tatsächlich gestört hat, das Buch ist von einer Frau geschrieben, aber gelesen von einem Mann. Was okay ist grundsätzlich. Da aber Frauen in so Sachen wie Militärgeschichte relativ selten öffentlich in Erscheinung treten als Profis, hat man hier tatsächlich dieses blöde Gefühl. Weißt du, was ich meine? Diese Aneignung ihrer Professionalität. Das ist bestimmt nicht so gemeint. Aber das ist mir echt das erste Mal überhaupt aufgefallen und sauer aufgestoßen. Ich nehme aber an, weil das eben hier viel in Militärgeschichte ist und so weiter, dass das deswegen, weil das eben so ungewöhnlich ist, dass da überhaupt eine Frau eine Expertise drin hat und diese auch zeigt. Und dass ihr das dann halt wieder weggenommen wird, in Anführungsstrichen, indem man dieses Soberen Mann lesen lässt, fand ich doof. Aber inhaltlich und die Lesung selber war auch fantastisch. Aber ja, das ist mein einziger Kritikpunkt. Und dann habe ich von ihr noch gelesen, Gods and Robots. Auch fantastisch. Alles, was sie schon immer über antike Sexroboter wissen wollten. Mein Gott, wie viel in diesem Buch über Sexroboter geredet wird. Ich wusste nicht, dass ich überhaupt etwas über antike Sexroboter wissen will. Und jetzt will ich es wissen. Du willst es wirklich wissen. Das ist ein großartiges Buch. Das war eines der besten Bücher diesem Monat. Also wirklich, wirklich fantastisch. Zum Beispiel auch so Themen wie Pandora. Pandora war ja kein Mensch in dem Sinne. Pandora wurde ja geschickt und Pandora wurde gebaut. Und es gibt dann eben diese sprachliche Abklärung, ab wann ist was ein Roboter? Ab wann ist was? Weil in der Mythologie werden ja Dinge auch erschaffen und sind trotzdem Menschen. Verstehst du, was ich meine? Und ab wann dann diese Abtrendung in das Mechanische dazukommt. Das ist alleine in dem Aspekt schon wahnsinnig interessant gewesen. Und dann geht es eben weiter mit Daedalus und mit dem Minotaurus und wie überhaupt der Minotaurus entstanden ist, nämlich indem man einen Bullen-Sexroboter gebaut hat. Eike, ihr wollt das lesen. Also es ist wirklich ein fantastisches Buch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dieses Buch hat sie auch selber gelesen. Es irritiert am Anfang ein bisschen. Sie ist wohl schon etwas älteren Semesters. Das hat mich einfach irritiert, weil ich sie für viel Juni gehalten hätte. Aber wirklich fantastische Autorin. Die großartige Bücher. Solltet ihr alle hören. Da kann ich ja jetzt nur noch abstinken. Ich habe einen John Crisham gelesen und der war wie üblich. Ich habe die Wächter gelesen, sein neuestes Taschenbuch. Und ich habe irgendwie so seit ein paar Jahren das Gefühl bei ihm, er schreibt mehr Tatsachenberichte als Romane. Und was nicht schlecht sein muss, er weiß ja, worüber er schreibt. Und er schreibt ja trotzdem gut. Ja. Auch hier geht es wieder um eine Anwaltskanzlei, die sich darauf spezialisiert hat, Leuten in der Todeszelle zu helfen. Mhm. Und ja, um einen unschuldig verurteilten Afroamerikaner, der seit 22 Jahren für den Mord an seinem Anwalt im Gefängnis sitzt. Mhm. Ja, wie immer bei Crisham, ich habe eigentlich noch keins von ihm gelesen, wo ich sage, das ist schlecht. Es ist sehr solide, es lässt sich gut lesen. Es fehlt halt so die Spannung der Thriller, die er so in den ersten Jahren geschrieben hat. Aber, wow. Wer den Autor mag, jederzeit. Mhm. Ja, diesmal muss ich sagen, Autoren, bei denen ich eigentlich immer ein Klicksgriff hatte, haben mich diesen Monat tatsächlich auch mal enttäuscht. Ich habe von William Meikle The Sirens gelesen. Das ist aus den Midnight Files. Darüber habe ich die letzte Folge schon gesprochen. Das sind diese Geschichten, Cusulo trifft auf Hardball Detektor. Mhm. Ja, der erste Band war viel, viel besser, der Amulet. Dieser Band war im Prinzip dasselbe, aber hier geht mir der Noir-Faktor echt ein bisschen unter. Also, das ist wirklich deutlich schwächer als der Vorgänger. Und für einen Meikle ist es wirklich langatmig und enttäuschend ein bisschen. Aber es hat Nixen und Werwölfe. Und Nixen und Werwölfe sind generell eine gute Mischung. Getrennt oder zusammen? Also Nixen-Werwölfe? Nein, also sie haben eine intime Beziehung. Okay. Hast mich überzeugt. So, ich hätte jetzt noch drei Stück. Wie viele hast du noch? Ähm. Ich habe ja noch eins dazwischen beschoben. Aber ich kann hier was weglassen. Dann habe ich auch noch drei. Dann mache ich nämlich weiter. Da habe ich jetzt noch wirklich noch drei Highlights zum Schluss. Ja. Ich habe gelesen, der eine Mann von Andrew Cross. Mhm. Und ich bin mit gemischten Gefühlen an dieses Buch rangegangen, weil es hätte auch einfach nur geschmacklos sein können. Es spielt 1944. Mhm. Und es geht um einen polnischen Amerikaner, der zurückgeschickt wird, um jemanden aus Auschwitz zu befreien. Okay. Einen Physiker. Aber das Buch ist doch sehr ruhig geschrieben. Lässt sich sehr viel Zeit für die Figuren. Ja. Und es ist auch irgendwie zu keinem Zeitpunkt geschmacklos. Fand ich ziemlich gut. Es ist auch ein ziemlich dickes Buch. Und hat ein paar Überraschungen. Hält es bereit. Eine, die ganz zum Schluss aufgeklärt wird, habe ich mir dann im Laufe des Buchs doch ziemlich früh schon gedacht. Aber trotzdem hat es echt Spaß gemacht. Ist wieder bei Festa erschienen in der Must-Read-Reihe. Ja. Und da kommt gleich noch ein Buch. Also es ist eine Reihe, die ich absolut großartig finde. Da erscheinen so viele Bücher aus den verschiedensten Genres, die einfach nur gut sind. Okay. Bin gespannt. Ja, Dinge, die überraschend kamen. Ich habe für den König-Bube-Dame-Gaste ein Buch gelesen. Nämlich Dattles' Dreamcatcher von Stephen King. Ja. Ein ganz, ganz merkwürdiges Buch. Erstaunlicherweise sehr, sehr viel, was mir echt, echt gut gefällt. An das ich mich auch überhaupt nicht erinnern konnte. Weil ich glaube, ich habe das Buch ein erstes Mal abgebrochen. Aber auch wahnsinnig viel, für das ich King schlagen möchte. Wir wollen darüber, wie gesagt, im König-Bube-Dame-Gast werden demnächst. Deswegen sage ich dazu nichts. Aber ich glaube, das wird eine streitbare Folge. Ich habe es als nicht gut in Erinnerung. Ich habe es aber auch noch nicht wieder gelesen. Es ist nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich hoffe, dass es bei mir auch so wird. Ich sage nur so viel. Es gibt Kackwiesen. Okay. Ja, genau. Ja, gut. Ja, wie gesagt, ein weiteres Must-Read-Buch habe ich gelesen. Und zwar von Alan Eskins. Das ist das dritte Buch von diesem Autor. Das heißt, die Schatten, die wir verbergen. Und es ist die Fortsetzung seines Erstlings, das Leben, das wir begraben. Das kenne ich. Und mir hat dieser Erstling schon gut gefallen. Dann ist das zweite Buch von ihm war okay. Und jetzt kommt halt die direkte Fortsetzung. Und wir lernen nun, was mit der Hauptfigur aus dem ersten Buch passiert ist. Also er ist Journalist geworden. Und kümmert sich um seinen behinderten Bruder. Lebt mit seiner Freundin zusammen. Alles so in Ordnung. Und dann erfährt er, dass es einen Mord gab in einer kleinen Stadt im Süden von Minnesota. Und dieser Mann, der da ermordet worden ist, könnte sein Vater gewesen sein. Er ist sich da nicht so ganz sicher. Aber irgendwas treibt ihn dann an, da hinzufahren und ein bisschen nachzuforschen. Und die Bewohner dieses Ortes wollen jetzt nicht so viel über den Toten sagen. Sie sind ziemlich alle der Meinung, das war ein Mistkerl. Der hat den Tod verdient. Joe, also die Hauptfigur, sieht das genauso. Weil er hat ja auch überhaupt keine Verbindung zu seinem Vater. Aber er wird immer mehr hineingezogen aus so einem Labyrinth, aus irgendwelchen Intrigen und Lügen. Und das bringt ihn dann auch selbst in Gefahr und auch seine Familie. Und ich muss sagen, ich fand es gut. Ich fand es ziemlich gut. Das war wieder schön geschrieben. Mich hat nur gestört, dass diese Hauptfigur ging mir irgendwann mal auf den Sack. So richtig. Du merkst, du weißt, er verkackt es jetzt. Und jeder merkt es, aber diese Figur nicht. Und du möchtest sie anschreien. Aber gut, das gehört halt manchmal dazu. Ja, leider. Ach ach. Ja, gehört manchmal dazu. Da habe ich halt hier auch wieder so einen Fall. Ich habe The Horde von Marie Favreau gehört. Es geht um einen, ja, einen Nachkommen von Genghis Khan, beziehungsweise einen Volksstamm, der sich gründet aus einem Nachkommen von Genghis Khan, der eher so in der sibirischen Ecke der Welt verortet war. Ich muss dazu sagen, ich habe leider nicht so richtig viel von dem Buch mitgenommen. Das Thema ist absolut interessant und bestimmt auch voll gut. Leider war das so fürchterlich gelesen, dass ich drei Viertel davon schon wieder vergessen habe. Ja, das ist immer das Problem bei Hörbüchern. Ja. Ja, dann nehme ich als letztes noch Bentley Little. Ich weiß nicht, sagt sie dir was? Ja, klar. Ja, das ist auch ein Horrorautor, von dem ich tatsächlich, ich hatte schon von ihm gehört, aber noch nichts gelesen. Er ist halt auch wieder sehr viel Hit um es. Genau. Ich habe zwei Bücher gelesen, das eine werde ich gar nicht besprechen. Dafür fand ich das zweite hier dann Hit. Es ist die Universität. Auch aus den 90ern, glaube ich. Und ja, ich weiß nicht, ob man es als Geisterhaus bezeichnen kann. Es ist eher eine dämonische Uni, aber es ist ziemlich lustig. Also wer mit Gewalt und sexualisierter Gewalt und sowas Probleme hat, sollte das nicht. Es ist zwar jetzt nicht so extrem beschrieben wie Edward Lee oder sowas, aber es geht hier doch schon ziemlich zur Sache. Aber ich glaube, das kann man auch bei Little ganz allgemein für fast alle Bücher sagen. Ja. Ich werde es dir sagen können, ich habe schon mehr drüber liegen. Aber ich fand es echt sehr schön zu lesen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es hat viele bekloppte Ideen, dieses Buch. Und ja, Empfehlung. Okay. Ja, ich schließe auch diese Sendung mit einer Empfehlung ab. Nämlich das letzte Buch von Amy Stewart, das ich gehört habe. The Drunken Botanist. Ich finde sie ja super, haben wir ja schon in dieser und der letzten Folge angesprochen. Wie gesagt, sie ist eben Botanikerin in irgendeiner Form oder zumindest sowas ähnliches. Und hier geht es halt um diverse Pflanzen, ihre Bestandteile, ihre Wirkstoffe und vor allem ihre Verwendung in Alkoholika. Inklusive Rezepte. Und ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Auch hier wieder, wenn man sich für das Thema interessiert, das macht Spaß, das ist cool. Das einzige Problem ist halt bei allem, was so botanisch ist, sie nennt halt bei allem auch die lateinischen Namen mit. Das ist in einem Buch zum Lesen okay, weil das kann man im Zweifelsfall auswenden. In einem Hörbuch gleitet es dadurch relativ schnell in so eine Listenform ab. Das ist hier nicht ganz so schlimm gewesen, weil du eben diese Rezepte auch mit dazu hast. Und weil sie eben tatsächlich sehr viel erklärt, was welcher Bestandteil dieser Pflanze eben toxikologisch zum Beispiel tut. Aber ja, es ist glaube ich als gelesenes Buch nochmal besser als als gehört ist. Aber ich hatte nichtsdestotrotz sehr viel Spaß damit. Und kann wirklich sagen bis jetzt, jedes Buch von Amy Stewart war klasse. Ja, immerhin. Ja, irgendwann hast du dann sowas wie ein gelesenes Telefonbuch. Genau. Ja, wenn ich so noch weiter gucke, also wir hören jetzt an dieser Stelle auf, weil über die anderen Bücher habe ich nicht viel zu erzählen. Ich habe noch einen F. Paul Wilson gelesen, den ersten Band einer Reihe, die wohl nicht weiter auf Deutsch erscheinen wird. Ich habe wieder einen Edward Lee gelesen, Star Trek und so weiter. Also das Übliche waren nette Sachen dabei, aber jetzt auch nichts, wo man großartig überreden müsste. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für diesen Monat, oder? Ja. Okay, dann danke ich fürs Zuhören und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns entweder im Oktober oder im November wieder, das werden wir sehen. Und dann haben wir neue Bücher für euch. In diesem Sinne, Flo, es war mir wie immer eine Ehre. Es war sehr schön, Dela. Liebe Hörer und Hörerinnenschaft, passt gut auf euch auf, macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Dela Terratum mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Soster Productions. Das Intro und Outro ist eingekommen von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Dela Soster Productions.